So, die nehmen wir auch noch mit. So, da hätten wir das hier alles schon mal geflutet. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Dann könnte ich doch hier auch schon fluten, aber nö. Habe ich jetzt noch keine Lust zu. Weil, ich werde jetzt erstmal meine Eimer holen. Ich weiß gar nicht, hatte ich die oben? Die hatte ich oben, ne? Orientierung. Da sitzt er. So, was packt man hier erstmal drinnen? Erstmal in Erde. Hm, nee. Nochmal so. Bam, 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 bam. Badam, badam, badam. Das ist right. Wow. Genau. Das ist da hin. Den noch hierhin. Ehm, fucken wir das noch nicht. Ach nee. Können wir das mal da hinpacken? So, so. So, so, so. Oh, okay. Oh, ich müsste ja wirklich mal was essen. Ja, okay. Ne, ne, wir bleiben gerade. So, ich wohne die Sonne da hinten sehe. Kann ich schon schlafen? Warum kann ich noch nicht schlafen? Guck mal da, die Sonne geht doch unter. Ja, und du blödes Schwein? Ich wollte dich retten. Jetzt wirst du ertrinken. Aber das ist mir egal. So, gute Nacht. Ja, habe ich überhaupt schon das Zuckerrohr mit? Das habe ich mit. Natürlich habe ich das mit. Was für eine Frage. Jo, I need the water. I need very viel big money Wasser. Was für ein Englisch. 1, 2, danke. Jo, mach gut gehen. Mal gucken, wen wir uns hinkriegen. Halt hier, ist die Tür. So. Ähm, Wasser? Wasser? Und wenn ich jetzt hier Wasser rausnehme. Ähm, Moment. Wasser, 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 Wasser. Da rein. Man erkennt das jetzt sehr schlecht. Wo es stilles Wasser ist und wo halt andere Richtung. Der ist voll. Der ist voll. Das ist voll. Der ist voll. Ähm. Ähm. Da? Äh. Da. Da. ja muss ja auch weil es ja ok ok hier wird auch schon ja alles nicht so einfach bei meiner geilen maus da musst du noch aufpassen dass sie einmal wirklich voll sind jetzt so zum erbrechen lehrvoll 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 voll leer ekelhaft hallo man da kriegst du einen anfall kriegst du da wozu mitmachen wozu ne jo das hat auch toll da fangen wir an und da fangen wir auf so den dabei den dabei es ist aber ein krampf hier mit dem wasser noch mal so ach weil ich jetzt ich gucke da jetzt nicht mehr hin und dann ist das gut so die Zäule brauchen wir erstmal nicht Eins macht's auf, das soll ich es nicht glauben. So, hätten wir das auch, können wir ja denn alles noch zu machen, damit man auch vernünftig drüber laufen kann, aber jetzt bleibt das erstmal so, ich hab noch was vergessen, wo haben wir gesagt, natürlich müssen wir das auch beleuchten, juppa, zack, zack, so, so, hätten wir das auch, da brauchen wir ja nicht, da ist ja eine, jutt, 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 ja, ich mache erstmal eine kleine Aufnahmepause, weil das ist schon wieder fast anderthalb Stunden jetzt hier und ich bin schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein kleines bisschen müde und ja, dann würde ich sagen, geht's morgen weiter. Ja, der Sonne steht hoch am Himmel, nee, wir stellen uns hier vor unserer neuen Errungenschaft hin, so, schick, oder? Sag doch mal, ist doch schick. Jutt, dann sag ich mal wieder Tschüss, danke fürs Zuschauen und, ja, für euch wird's ja morgen dann weitergehen. Dann sag ich, bis denn, dann. Ja, moin sehens, ich bin's mal wieder und dann, wenn wir mal ein bisschen weiter passen, ja, an unserer geilen Insel, die immer, ja, ja, die wollten wir ja alle wegmachen, ja, also alles unter Wasser setzen. Juh, denn machen wir mal ein bisschen weiter. Schaufeln. So. Dam, 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 dam. So, ich überlege gerade, was ich so erzählen könnte. Und, ja, mir fällt da, mir fällt da gerade was ein. Und zwar, hab ich jetzt schon öfters ein paar Nachrichten von euch gekriegt und so, und zwar ging's darum, dass ich ja so coole Let's Plays mache und dass das richtig gut sein soll, laut euren Nachrichten. Und, ähm, da fragen sich einige, warum ich noch nicht bekannt bin. Also, nicht wirklich bekannt. Ja. Erstmal, die Nachrichten sind der Hammer. Ich finde das urs cool von euch, dass ihr mir sowas schreibt und ich bin auch echt stolz darauf, dass ihr meine Let's Plays so gut findet. Und warum ich nicht bekannt bin, also noch nicht wirklich bekannt bin, fragt nicht mich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich wäre selber wahnsinnig gerne bekannter als ich jetzt bin. Keine Frage. Und, ähm, ja, wenn darauf irgendeiner ne Antwort hat, zum Beispiel könnte es ja sein, dass es Let's Player gibt, die jetzt auch mal meine Videos gucken. Vielleicht auch ein paar größere Let's Player, keine Ahnung. Und wenn das so sein sollte, könnten ja diese Let's Player mir mal irgendwelche Tipps geben oder irgendwas mal so erzählen, woran das liegen könnte. Oder, ähm, was man machen kann, um bekannter zu werden. Ich will jetzt hier nicht, äh, gleich von 0 auf 100. Das ist klar, dass das so schnell nicht geht. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Möglichkeiten, wie man jetzt, ähm, sag ich mal, mehr Publikum erreichen kann. Also, auffälliger wird. Weil, ja, wenn man sich so einige anguckt. Die stehen genau da, wo ich gerade stehe und, ja, vielleicht gibt es irgendwelche Tricks oder vielleicht liegt es auch an meinen Let's Plays. Ich weiß es nicht. Aber mal so, schreibt es einfach mal. Ihr könnt mir auch gerne E-Mails schreiben. Meine E-Mail-Adresse steht in meinem Kanal. Falls noch keiner gefunden hat, die ich kann es euch auch gerne sagen. Also, ngzocker-at-google-mail.com Ja, ganz einfach, ganz simpel. Schreibt einfach. So, dann ist mir gerade jetzt noch ein Thema eingefallen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es, ähm, dass ich schon einige Kommentare gekriegt haben soll, laut YouTube, die ich aber alle gar nicht gelesen habe. Was ist das? Äh, 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 setze ich den tiefer? Nee, ich lasse das alles so. Vielleicht setze ich die Bäume nach. Vielleicht verlängere ich die alle noch durch Baumstimmen. Keine Ahnung. So, laut YouTube habe ich schon einige, ähm, Kommentare gekriegt. So, ein paar habe ich gelesen, aber die Zahl, die da steht, so viele Kommentare habe ich noch nicht gelesen. Keine Ahnung. Weil, eigentlich ist es ja so, sobald man einen Kommentar kriegt, oder ein Abo, kriegt man eine E-Mail von YouTube. Ja, du hast einen Kommentar, oder der und der hat einen Kommentar zu dem und dem Video geschrieben, oder der und der hat dich abonniert. So. Ich habe aber, wenn ich diese Nachricht nicht kriege, dass ich jetzt einen Kommentar gekriegt habe, kann ich den nicht lesen. Oh, ich merke gerade, es wird verdammt, verdammt dunkel. Und bevor mir jetzt hier irgendwer aufs Dach steigt, gehe ich mal ganz schnell hier wieder in mein Häuschen. Gut. Also, wenn ich diese Nachricht nicht kriege, kann ich die Kommentare nicht lesen. Also, falls es jetzt irgendwen gibt, der mir einen Kommentar geschrieben hat und sich wundert, warum er keine Antwort kriegt, das liegt nicht an mir. Ich beantworte alle Kommentare, von denen ich weiß. Ne? Aber wenn ich von YouTube keine Nachricht kriege, dass ich Kommentare gekriegt habe, kann ich das auch nicht wissen und dann kann ich auch nicht, ähm, haut ja ab, ey. kann ich auch nicht, auch so, so genau, kann ich darauf natürlich nicht antworten. Also, seid mir nicht böse, falls ich auf eure Kommentare noch nicht geantwortet habe. Es liegt nicht an mir, absolut nicht. Ich beantworte wirklich jeden Kommentar. Auch, ja, was soll ich da sagen? Falls ich es nicht gemacht haben sollte, es tut mir wahnsinnig leid. Ich freue mich über jeden Kommentar, also macht so weiter. Schreibt Kommentare, falls ich nicht antworte, es ist wirklich nicht böse gemeint, es liegt wirklich nicht an mir. Ne? Seid mir nicht böse deswegen. Weil ich habe schon mitgekriegt, ich habe jetzt 15 Abos und, äh, ich kriege keine, keine E-Mail darüber, dass ich Abo gekriegt habe. Also kann das gut möglich sein, dass das bei den, bei den Kommentaren genauso ist. Ich weiß nicht, was bei YouTube jetzt gerade los ist. Vielleicht ist das normal, ich weiß es nicht. Auch, äh, das Video hochladen dauert irgendwie zur Zeit länger als sonst. Also, ich weiß es nicht. Meine Videos werden, werden nicht, äh, aufwendiger, sage ich jetzt mal, oder, oder extrem größer, dass das wirklich jetzt, äh, rechtfertigen würde, warum das alles so lange dauert. Vielleicht weiß einer von euch, was da gerade los ist, oder so. Schreibt es einfach. Ich bin für jeden Tipp, für jede Hilfe, bin ich wahnsinnig dankbar. Und, ja, so, dann machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Nein, ich möchte gern zwei haben. So. Okay. So, eine Schaufel und zweite Schaufel. Da, 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 da. Was macht die eigentlich die Stadt, oder? Das geht noch, die geht noch. Gehen wir mal wieder ein bisschen buddeln. Ja, zur Zeit ist nicht wirklich spannend, aber irgendwann muss man das ja mal fertig kriegen, ne? Und, Minecraft ist ja nun mal Bau, Bau, Bau. Also, müssen wir das, das halt über uns ergehen lassen. So, das kommt ja auch noch alles weg. Da ist ein Schweinchen. Ah, apropos Schweinchen. Das hat ja letztens nicht so funktioniert, dieses Schweinchen in mein schönes Gehege zu kriegen. Manch einer hat's gesehen, vielleicht hat sich auch schon manch einer vor den Kopf gehauen, wie bescheiden toll ich mich da anstelle. aber, wie schon tausendmal erzählt, ich bin total leer Frischling in Minecraft und da kennt ja nun mal nicht jetzt die alle Picks und so, wie man was macht. Aber, ich habe ja so einen kleinen kleinen Let's Play Kumpel mit dem ich ja Sin City Videos mache und zwar den Dr. Resident und der hilft mir jetzt so ein bisschen was in seinen Möglichkeiten liegt und gibt mir Tipps wie, was, wo und wie ich das alles am besten mache und was ich falsch mache oder wie ich was hinkriege und alles sowas. Und er hat mir geschrieben, dass ich das eigentlich richtig gemacht habe aber irgendwie habe ich mich dann doch ein bisschen zu doof angestellt. Also irgendwie muss es ja an mir liegen, dass die dumme Sau nicht mit mir mitspielen will. So, also, wir gucken mal ganz kurz. Ich habe ja hier, ach nee, es ist Zuckerrohr. Ich habe doch hier in meinem Häuschen. Ja, ich weiß, ich springe jetzt schon wieder hin und her und werde nicht fertig. Ist mir jetzt egal.